Servus und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Unboxing zeige ich euch den neuen CR7 Superfly 4. Dieser Schuh wird exklusiv von Cristiano Ronaldo getragen. Ich persönlich finde das Design extrem gelungen. Was ist deine Meinung dazu? Das Review von der alten Farbversion findest du wie immer oben links oder in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.